hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu unserem neuen video hallo wir freuen uns ganz doll euch die ausgabe der black box man zu präsentieren das ist die erste ausgabe im jahr 2024 und das ist ja herr muffins beauty box und deswegen ist herr muffin auch dabei ich hoffe ihr freut euch alle ganz doll ihr habt euch ja gewünscht genau und dann öffnen wir die box es ist eine box die zusammenhängt mit der pink box und die kann man auch über die pink box seite bestellen und die kostet irgendwie keine ahnung ich glaube wenn man die einmalig bestellt kostet sie 25 euro ich weiß nicht genau wie viel sie kostet wir haben sie im jahres abo und im jahres abo kostet mich die box soweit ich das weiß unter 20 euro und die kommt auch nur vier mal im jahr drei oder vier mal im jahr irgendwie so also für alle genauen details guckt einfach bei der pink box auf der seite da gibt es auch die black box man für den man so was haben wir hier so was steht da drauf umdrehen und scannen da ist ein mann der duscht ist auf dem cover drauf und die box heißt energy kick ein mann der duscht und bist du bereit für einen power boost der extra klasse und dann könnte man das scannen und da wir beide unser handy jetzt nicht mit haben können wir es nicht scannen und lasst uns einfach überraschen und dann zeigt mal den ersten blick in die box das ist das krisselpapier das ist der erste blick in die box mit seitenpapier in schwarz natürlich krisselpapier in schwarz okay es ist grün und nicht schwarz warum auch immer eigentlich ist es schwarz so das kenne ich vom sehen her das ist von american crew das 3 in 1 classic shampoo conditioner und body wash das ist so für die reise ganz gut american crew haben wir öfter mal in der box drin sehr sehr gute friseur marke aber das riecht immer so gut so herb holzig aber auch frisch das passt gut zu dem mann der dusch das ist ein duschprodukt für den nächsten urlaub könntest du das vielleicht mitnehmen weil das ist ja shampoo pflege und körper wasche waschung wasche und 100 milliliter wir fahren ja bald in den harz unsere lieben freunde mira und also besuchen und da könnte man das vielleicht mitnehmen da muss man nicht drei produkte mitnehmen sondern nur das eine wild kräuter pulver heimische superfoods focus und energie energie das soll dein ritual mit brennässel und co in der bowl im smoothie oder als törbel latte ist alles nicht so herr muffins ding mach mal deine hand vors gesicht damit der focus nee ich hab schon ich hab schon ich muss nur mein gesicht verdecken dann kann man das besser sehen das ist ein in diesem glas stecken circa zwei quadratmeter wilde natur das hört sich so an als wäre das perfekt für ein tausch paket wenn du das nicht benutzen möchtest ist zwar noch bis 30 9 26 haltbar aber möchtest du dir damit ein power drink machen ich glaube eher nicht zutaten brennässel löwenzahn dirsch calcium eisen makalium 12 gramm 28 kalorien das ist sehr gut so ein braun glas aber das wird das wird weiter wandern vielleicht möchte dass jemand aus meiner aus meinen tauschpaketen jemand haben ansonsten ja ich krieg das schon irgendwie unter so jetzt noch was für die reise was irgendwie schon ein bisschen kaputt ist oh nein die verpackung aber das ist ja hässlich ja das ist natürlich nicht so schön black box man komplett zerstörtes necessaire aber von parser echtes leder also keine vegane box echtes leder etui das ist doch cool das ist natürlich ein bisschen scheiße mit der verpackung die probleme und dann haben wir hier ein kleines reise etui mit einem nagelknipser eine pinzette eine kleine feile und eine schöne nagelschere das ist gut ja das ist richtig gut auch sehr schön sie hätten das irgendwie mehr so traveler box nennen sollen und nicht energy kick damit schon zwei reiseprodukte die sehr cool sind da freut sich herr muffin sehr drüber denke ich oder ja ja so wasser und koffein oha hast du durst das werde ich trinken auf jeden fall das ist zitronen limetten geschmack mit natürlichem koffein aus der grünen kaffeebohne und guarana von dm ivorel das wird ein goodie sein denke ich mal klebt ein bisschen leider 25 cent fand und das ist mit zitronen limetten geschmack aus dem naturpark saarhund zurück ohne zucker und ohne kalorien natürliches mineralwasser aber ist da kohlsäure drin ich glaube nicht dann wäre das schon mal nix für mich und zuckerfrei ohne farb und konservierungsstufe flasche aus 100 prozent recyceltem material willst du die heute noch trinken kann ich mal probieren mach ja schmeckt wie so zitronen wässerchen kaltes ist bestimmt noch leckerer ja sowas für dich das glaube ich auch ist nicht so mein geschmack ist mir nicht geschmacks intensiv genug aber so eine leichte erfrischung wenn es kalt ist ist bestimmt lecker ich weiß nicht was das ist active crystal talc extra dry original borotalko duft was auch immer das ist deospray ohne alkohol gut schütteln mit aluminium das heißt es schützt auch würde ich sagen ist auch schöne reisegröße auch eine schöne reisegröße also irgendwie ist das hier die die edition für den harz schon drei reise produkte und eine erfrischung für den weg quasi ein snack für den weg studentenfutter ohne rosinen gut ich mag rosinen dafür mit cranberries neu mit gerösteten nusskernen bis november 24 haltbar das können wir ja wirklich für die harzfahrt uns aufheben zum snacken eine portion hat 160 kalorien eine portion sind 30 gramm und 125 gramm sind drin also vier portionen das können wir für den weg auf jeden fall gut mitnehmen als snack haben wir was zu snacken was zum trinken zum duschen zum deodorieren zum pflegen das ist die travel box das aber keine reisegröße das ist keine reisegröße die hatten wir auch in der pink box drin das ist eine zahnpasta von perlweiß supreme whitening the pro witener bis zu drei stufen weißere zähne in sechs wochen klinisch getestet vegan tube hier recycelbar das ist das produkt und die hat wie viel gramm 75 ml ach so ja steht da ganz klein drauf wunderbar ja cool ja du bist ja nicht so empfindlich was zahnpasta angeht und wir gucken mal ob ich die vertrage ansonsten musst du die halt alleine auch brauchen krägchen alle body lotion oha wo du doch dich so gerne ein cremes die new key care essentials natürliche pflege ohne kompromisse einfach gut für dich und die umwelt body lotion mit panthenol hautberuhigend vegan mikroplastik frei und ohne geruch das wäre tatsächlich vielleicht mal was für dich oder die riecht ja nach nix ja aber gegen guten geruch habe ich auch nix ne das stimmt würdest du die benutzen oder eher nicht die riecht halt wirklich nach literally gar nichts dann nicht dann wandert die auch weiter die new key body lotion die wird dadurch dass die vegan ist und so passt die auch gut in das wanderpaket wo das andere ding rein geht 150 milliliter die ist ja unisex verwendbar weil da ist ja kein duft die kommt zu dem anderen produkt so weißt du was das ist für mitesser auf der nase genau seven seven for man ich würde sagen das ist auch unisex mit diesem sexy bild da mit den picken mit den pickeln da also mit den talg ihr wisst schon was ich meine drei no strips willst du die benutzen probieren die maus das probierst du auf jeden fall das probierst du auf jeden fall das das letzte das letzte produkt ja das letzte pure pore control charcoal black detox sheet mask reinigend erfrischend und glättend ja und da ist so ein typ drauf der sich die so ganz erotisch abmacht er hat auch bad guck du hast auch bad er hat auch bad aber er hat nicht so viel bad wie du aktivkohle schwarze detox maske fünf bis zehn minuten äh ja das probier ich aus das probierst du auch aus sehr gut dann haben wir eins zwei drei sechs produkte die herr muffin gerne mitnimmt ausprobiert das ja auch benutzt dann zwei goodies oder zwei leckerchen die die ist studentenfutter und das getränk und zwei sachen die weiter wandern die body lotion und dieses kräuterpulver aber das ist doch eine super ausbeute mir fehlt jetzt so ein bisschen wir haben ja immer duft drin gehabt wir haben jetzt keinen duft drin kein parfum und die pflegeprodukte zwei in reisegröße ist okay ja aber wir hatten schon knallerige boxen würde ich sagen sie passt jetzt ganz gut mit dem reise necessaire und den reisegrößen zu unserem urlaub jetzt im april im harz aber ja also ich finde wir hatten schon stärkere boxen was sagst du gefällt dir trotzdem trotzdem schön dann das war's das war das video wir freuen uns ganz toll über ein däumchen nach oben wenn ihr wollt könnt ihr den kanal auch kostenlos abonnieren grüßt er macht gerne in den kommentaren und ermutigt ihn öfter mal mit den videos zu sein da freuen wir uns ganz doll und bis zum nächsten mal denn bis dahin wünschen wir euch alles liebe und gute bleibt gesund und haltet die ohren steif tschüss